Hallo, so dann müssen wir einmal zum Briefkasten. Click on the Small Metal Lids to peek into the Me... Daniel Berger, wo ist er denn? Also das hier ist auf jeden Fall meiner. Dear Mr. Stevens, let me welcome you to Switzerland and to your apartment is located on the next page. Ach Gott, da sind drei Briefe. Leave the door. Your apartment. Supplies, stairs, elevator. Oh, super Karte. Basement. Da ist mein Keller. Super, dann können wir meinen Briefkasten wieder zumachen. Und jetzt brauchen wir den Briefkasten. Tanaka, guck mal hier. Tanaka. Da war der hier, ne? Wir brauchen doch einen Schlüssel. Ha! Ähm, jetzt muss ich gleich wieder in die zweite? Alter! Was ein Spiel! Jetzt weiß ich nur nicht, war das jetzt die Schlüssel für die Wohnung? Ja, ne? Ähm, ich weiß nicht, ich hab bei dem anderen Spiel, was danach kommt, auch auf Deutsch gestellt. Und trotzdem zeigt er mal alles in Englisch an. Also, das ist irgendwie alles ein bisschen komisch. So, ist das Schlüsselhilfe? Jawoll! Wow! Wow! After kissing the holy ring of Saw, you may enter the chapel in the basement. Ring of Saw, you may enter the chapel in the basement. Saw is gone. Ach Gott, wie sieht das denn hier aus? Machine can have multiple... Can have multiple... Ja, okay. Jetzt haben wir hier mehrere Türen. Was ist das? So. Wow! Was ist das? Daniel, I know that I owe you a lot of what I'm having... Was? About some of the methods of the children of Saw. I'll continue on my path to Saw for now. But some of the things that I have seen and heard... I have shaken my... Level 5. Is that true? In the case, that's true. How can I advise to this level? Tom. Okay. Daniel's Klamotten. Dicker's Klamotten. Schade ist, finde ich... The Book of Saw, Part 1, Hope. Kann ich das? Ne, kann ich nicht. I had no job, no girlfriend and no place to live. When the children of Saw approached me. Me, a roof over my head and a fresh start. If I'm willing to join the children. Four days ago and I'm feeling a lot better. All the people here seem really friendly. There's still much more to learn. I want to move to level 4 as quickly as possible. Also, they also have to live here. God, have they lived here? Look at this one. So, they probably have several levels here. Oh, there is a A.B. Oh, there is an A.B. Level 2 members can see and open the door to the Hall of Trials. And so on and so forth. Dieter and Daniel. Please make sure Tom Kamer feels at home. We have high hopes for him. Path to Saw. Play the Holy Gong of Saw five times. Then kiss the Holy Ring of Saw. Level 1. Chapel. Library. Inner Sanctum. After kissing the Holy Ring of Saw, you may enter the Chapel in the basement. Okay. Was ist das hier? Saw is good. Ich höre gerade Musik. Was bist du? Ach, das Badezimmer. Ist da einer drin? Ich trau mich gar nicht. Nee, scheint. Ein Bottich ist auch nix. Okay. In das Zimmer können wir nicht rein, oder? Kommen wir da jetzt rein? Nö. Das heißt, wir müssen in den Keller, oder? Würde ich meinen. Ich mag nicht in den Keller gehen. Ich mag nicht in den Keller gehen. Da kommt die Musik her? Was bist du? Die Rastzelle. Ja, ich schreck mich immer von diesem Sound, wisst ihr? Grüzi. Viel gut. So, dann gehen wir mal in den Keller, mal gucken, was da unten los ist. Dritte Tür links. Das heißt, wir müssen im Keller an denen vorbei, glaube ich, um an unseren Keller zu kommen. Geht hier automatisch Licht an? Love. Das ist ein Waschkeller. So, unser Keller war, glaube ich, ganz hinten, ne? Ich meine auf jeden Fall, dass unser hinten war. War das unser? Ich glaube, ne? Ja. Auf der anderen Seite ist Musik. Hier war das dritte Tür links, ne? Warte, warte, warte. Hier kommen wir rein. Dritte Tür links. Eins. Zwei. Hier ist zwar eine Kerze. Habe ich irgendwie falsch gezählt? Dritte Tür links. Oder war das doch die, wo... Oder war das doch die, wo... Hä? Die nicht? Vielleicht doch die? Dritte Tür links. Sie scheißen mir gleich sowas dermaßen in die Hose. Hä? Hier sind nur überall Kerzen drin. Habe ich irgendwas vergessen? Kinders? Iron, habe ich was vergessen? Weil so einen Ring haben wir ja nicht, ne? Muss bestimmt nochmal in das Apartment. Ja, da war ich ja schon. Da war ich ja gerade drin. Das war ja die Wohnung mit den ganzen Betten. Das war ja das, wo ich gerade den Gong geschlagen habe. Hier. Na, das hier ist die Bude. Komm, machen wir mal eben die Tür zu. Und das hier ist ja der... Genau, der hat ja den Brief hier reingepackt. After kissing the holy ring of Thor, you may enter the chapel in the basement. Aber wir haben hier nirgends wo einen Ring, oder? Da stand nirgends. Da steht auch nur drin, dass es eben... Achso, was ist denn der holy ring? Wahrscheinlich das Ding hier, wa? Na gut. Eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. Ich dachte, ich sollte fünfmal läuten. Use move and sprint keys to rotate. Was? Use move and... Ah. You will find Thor in all the corners of the world. Okay, kann ich das Ding aufmachen? Left to interact. Ich interagte. Put it down. Ja, jetzt noch einmal. So, wir haben auf jeden Fall jetzt das Buch. Also das Ding hier. Aber... Aber... Muss ich vielleicht den Draht... Oh, vielleicht... Wart mal. Inventar? Haben wir hier irgendwie... Ich hab doch gerade Draht gehabt. Haben wir irgendwie Inventar? J... Car... Bag... M... Warte... Optionen... Ähm... Ja, da steht nicht viel. Wir zoomen. Dann kiss the holy ring of Thor. So, jetzt haben wir ein Buch. An die Wand schmeißen. Können wir jetzt die Tür da öffnen? Nö. Müssen wir nochmal läuten? Jetzt haben wir fünfmal geklingelt. Das war ein Sechsmal. Ja, du bist mal kurz... Komag, erzähl mal. Was müssen wir jetzt machen? Ja, da Experiment. Fertig. Ich weiß es ist nicht, es ist ein Erwin. Ich weiß es ist, dass ich jetzt...